Herzlich Willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. So, ähm, wie komme ich denn da durch? Hier ist ein Ding, aber da komme ich auch nicht ran. Ah, doch das ist hier. Und wenn ich hier... Ja, ist ja gut, ich verstehe hier nichts mehr. Mach das doch nicht so laut. Spring von mir aus runter, aber mach mir den Weg frei. Ja, die kann ich denn hier... Ah, Leiter, Leiter. Darf ich nicht hoch? Scheiße. Okay, ich bin grad ein bisschen überfreig, wie ich da hinkommen soll. Kann ich mal einer runterspringen, der hier gerade was blockiert? Das ist das Einzige, was ich machen kann hier. Moment, reicht das, wenn wir... Ah, okay. Ne. Moment, von der Seite... Hä? In der Seite ist jetzt schon einer traurig? Aha. Ja. 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 Ich habe noch nie mehr gesehen mehr from this moment. Ich habe noch mehr than I feel right now. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the Earth, every molecule reverberates in anticipation of the Awakening. Die Bile of Mathis rises in our throats, just as our Master rises below. Oh, I see moonbeasts, nightgaunts, a witchdoctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps? Tell me. Bah, there is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes! You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port. In the swamp. What did you see? Hallucination, right. Hallucination, right. Meaningless dreams, the result of asphyxiation or medication. Oh, no, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then... You are a diversion! But no more! Rule, Lord, Kanga! Oh, master! Oh, great one! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Ah! What? What? Was war das denn, bitte? Also, offenbar die falsche Antwort, aber... Hallo? Er kann mich doch nicht einfach so noch runterstürzen. Geht's noch? Achso, das andere ist noch gar nicht drauf. Äh... Äh... You cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. Oh... How... How could... It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moonbeasts, nightgaunts, a witchdoctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or... No. A drug, perhaps. Tell me. Bah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes! You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port. In the swamp. What did you see? Äh. Ja. Hm. Ich probiere es mal mit. Ich habe andere Welten gesehen. Something beyond the capacities of my imagination. Our world so alien, but so familiar. Yes. I see it too. In your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands. Asana sinks eternal. Okay, also das scheint zumindest geklappt zu haben. Sehr schön. Die Frage ist jetzt nur, wird Holmes jetzt dadurch verrückt? Oder sagt er das jetzt nur, ja, weil er das unbedingt hören will? Genau. So hätte ich es zumindest gemacht. Ich komme jetzt hier gar nicht mehr raus, oder was? Oder was? Warum warten wir nicht einfach, bis die sich alle runtergestürzt haben? Das ist für uns doch einfacher. Wo kommen wir denn hin? Zu dem, ne? Hallo? Watson? Machst du das mal? Achso, da kann ich nicht direkt... Oh nein! Ist das euer Ernst? Das ist aber orange. Das scheint uns getroffen zu haben, ja. Ähm... Da ist aber jetzt ein Einstrahl dran. Was tut das denn hier mit? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr etwas leiser sein würdet. Dankeschön. Okay. Ne? Weil das können wir dann sonst woanders doch rausziehen. Die Frage ist, da können wir nicht ran, ne? Ah, das ist so verworren hier. Kann man die Dinger auch einstellen? Oh ja. Okay. Ah! Aha. Moment. Das ist aber der... Ah, ja, ja. Ich glaube, ich weiß... Ja, ist doch gut. Man kann mich nicht mehr verstehen, Leute. Nein? Grad war es noch geräuscht. So. Komm ich da jetzt hier durch? Das ist jetzt die Frage. Muss ich jetzt wieder hier zurück? Ja. Ja. Zeig mir bitte das Lied. Nein, natürlich nicht. Boah, euer Ernst. Am besten sage ich gar nichts mehr. Man versteht mich ja gerade nicht mehr. So, runterspringen wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier durch, aber... Wie und wo komme ich jetzt hier durch? Das ist nicht euer Ernst. Ja. 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 Hallo, ich muss da hin. Heute. Hä? Aber ich könnte doch von der anderen Seite gerade nicht da durch. Ja. Kann ich auch nicht durch, ne? Ich kann wieder da zurück. Ich kann wieder da zurück. Ja. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Muss ich hier vielleicht eine andere Linse nehmen oder worum geht es jetzt hier? Da komme ich doch nicht ran. Da komme ich doch nicht durch. Ich kann mich nur hier von links nach rechts auflegen. Muss ich hier irgendwas anderes machen? Keine Ahnung. Also ich kann ja nur hier durch. Aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich komme dann noch zu den anderen Lampen. Wir hatten hier doch irgendwo eben hier. Okay, offenbar müssen wir damit was machen. Nein, ist das jetzt euer Ernst? Kamen wir an den Kristall ran? Ich glaube ja, ne? Wir müssen wieder zurückgehen. Wir werden nicht zurückgehen. Yes! I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn, that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole! Light folds in on itself until nothing remains! You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many! This is hubris delusion! You are Icarus flying too close to the sun! No, no! You misinterpret the legend, Holmes! Icarus flew! He reached heights no man had ever reached! One must imagine Icarus happy! He burned! Rochester plummeted to his death! And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret! Every step I took was necessary! Every drop of blood a blessing! Every death predestined! Surely you understand! It was for knowledge! The only thing worth living for! Why must you remain so blind? Be honest! What is it you fear? I should be honest, right? Um... I... I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours! There is no such thing as sanity! There is only the world as it is! And one's willingness to accept it! Okay... What are we going to do now? What are we going to do now? Moment! Where are we going to do now? We're going to do now! What are we going to do now? I can't wait to do now! But we can't wait to see it! I can't wait to do now! I can't wait to do now! Aber mit ein bisschen Glück. Nee, da kann man schon wieder nicht hin. Ach nee, ist das eher ernst. Äh, ach, dann müssen wir das hier. Das können wir nicht mehr einstellen. Oh nee. Äh, aber wir können die direkt einstellen. Nein. Nein, oh. Sag mal. Sei in Ernst, jetzt, da wollte ich doch gar nicht durch. Na, toll. Kann ich die jetzt bitte einstellen? Vielen Dankeschön. So. Das Ding müsste man noch theoretisch so drehen können. Ach nee, das kann ich ja jetzt. Ich mach's. Hm. Hm. Moment. Moment, dann. Machen wir das wieder dahin. Wir stellen das aber anders ein. Das können wir nicht anders einstellen. Ach nee, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ähm. Also das einzige Ding, wo ich wahrscheinlich hinkomme, ist das hier. Hier kann ich nochmal durch. So, zumindest das können wir nicht. Aber wir können hier halt nicht. Das können wir doch direkt drauf riechen. Ah nee, das Ding war im Weg. Ah. Ich hasse euch. Das Ding können wir nicht mehr umstellen. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Das können wir nicht umstellen. Das können wir aber auch nicht direkt da drauf einstellen. Das Ding kriege ich nicht so gedreht, dass der tatsächlich nach rechts geht. Und hinten kommt man irgendwo hin. Ja, das ist doch alles wunderbar. Oder muss ich jetzt einmal komplett auf die andere Seite? Das kann natürlich auch sein. Also den können wir nicht bewegen. Hier kommen wir aber auch nicht rum, nee. Da kommen wir nicht hin. Also es muss irgendwie mit der anderen Seite zusammenhängen. Nein, nicht da runterspringen. Wenn ich den anleuchte, habe ich aber auch nichts davon, oder? Wie ist der aus? Bringt mir das irgendwas hin? Das würde was bringen, aber da kann ich den nicht einstellen. Der geht auf den Strahler hin. Nein, auch wollt ihr mich veräppeln. So einfach? Echt jetzt? Dann habe ich jetzt wieder beide, oder? Ja. Oh, Leute. Ja. 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 Da sind nur nichts. Es sorgen. Ja. An Endless Time Stretching Its Wings Baring Its Teeth It's preposterous It's Nonsense You've Drugged Me The Fumes in the Temple Narcotics are a Bad Reaction Oh, you're one of my Cross Agents Yes This has the stink of my brother all over it No, 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 wait Of course I am dreaming in the Asylum In Black Edelweiss Tied to a Chair You're standing right here, Holmes As you always do You said that before You said we had met But I've never seen you before in my life The cycle repeats Old becomes new And we remain pawns in the hands of a god Submit! Submit to your inconsequence It is unthinkable It is undeniable I cannot When you have eliminated All which is impossible Then whatever remains However improbable Must be the truth Now, Holmes Now is the moment You know it In your heart Say it Say it Ja, I'm always for That it is not real But he will surely hear That it is real It is real All of it It is real And one more Linse You can't All of it So, wait Where do we have to go? Da können sie nicht durch, da auch nicht, das heißt wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Da konnten wir jetzt auch glaube ich nichts einstellen, ja gut, hier sind doch keine Linsen mehr. Das ist halt doch sehr nervig, dass man dann so oft rücken muss, wie viele Linsen man kaputt machen muss. So, ich denke, dass das jetzt diese blaue sein wird. Die Frage ist jetzt nur, wie... So, das geht schon raus. Die können wir nicht nach links verstellen, das heißt theoretischerweise... Aber die können wir verstellen. Aber wir kommen da nicht rum in die... Ne, da kommen wir nicht rum. Die Frage ist, können wir da treffen... Oh ja, sehr schön. Wir werden nicht rum, aber wir werden uns nicht rum. Vielleicht ist dein Gott nicht verletzt, aber du bist nur ein Mann. Und ich weiß, wie du dich verletzt hast. Was hast du gesagt? Was hast du gemacht? Ich habe eine Freundin gemacht. Ich habe eine Freundin gemacht. Ich habe eine Freundin gemacht. Ja! Ich habe eine Freundin gemacht. Ich habe eine Freundin gemacht. Ich habe eine Freundin gemacht. Ich habe eine Freundin gebracht. Ich habe die Richtung, aber ich bin dann verlängst. Das war's für heute. Nein! Entschuldigung? I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. Ah. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. What I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No. No, no, no. Not that. No. No. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. Ah. That's lucky. That's why. Yeah. That's why Sherlock Holmes The Awakened. Und ich persönlich fand, es war ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich finde ja sowieso, ich glaube, wir haben jetzt drei Spiele, wenn ich mich richtig erinnere, insgesamt von Sherlock Holmes aufgenommen. Also im Prinzip alle Let's Play, die, ja ich sag mal, grafisch besser ausgestattet waren, also sprich die neueren Spiele. Ich meine, es waren insgesamt drei. Und ja, jeder war irgendwie auf seine Art und Weise einzigartig, das definitiv. Der Weg, den wir gegangen sind, den fand ich sehr, sehr interessant. Auch die Sache mit dem Irrenhaus, wo wir gewesen sind, da in, irgendwo in der Schweiz oder wo das gewesen ist. Irgendwas mit Edelweiß auf jeden Fall, Schwarz-Edelweiß oder sowas. Das fand ich auch sehr interessant, war auf jeden Fall geil gemacht. Und grundsätzlich finde ich es natürlich sehr gut und für mich auch sehr ansprechend, beziehungsweise sehr unterstützend, wenn man nicht allzu viele Fehler machen kann bei dem Spiel. Das ist immer gut, das haben sie hier auch wieder sehr gut umgesetzt. Das Ende, bin ich ganz ehrlich, das fand ich schon beim letzten Teil, glaube ich, nicht so gut mit der Sache mit Cordona, Corona, ich weiß nicht, wo wir da jetzt waren. Das fand ich da schon, ja, ein bisschen zwiegespalten, sagen wir es mal so. Weil das Ende war halt nicht so, wie ich es wirklich erwartet hätte. Oder so, wie ich es mir gewünscht hätte, sagen wir es mal so. Ähnlich ist es jetzt hier auch gewesen. Also bis zu dem Turm war alles super. Vielleicht der ein oder andere Logikfehler, okay. Aber ich sag mal, bis dahin war es wirklich ein mega geiles Spiel. Dann aber die Endszene, dass er dann jetzt dadurch quasi sich eingestehen muss, dass er verrückt ist, aber gleichzeitig dem anderen gesagt hat, ja, er ist ja nicht verrückt, weil er hat das ja alles gesehen und das war ja alles wahr. Aber kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Also ich persönlich habe es jetzt nicht so aufgefasst, dass er das gesagt hat, um ihn jetzt an der Nase rumzuführen. Sondern eher, als ob er das wirklich alles so denkt, weil er ist ja am Ende, hat er auch noch gesagt, ich muss es sehen und so. Vielleicht, man weiß ja nicht, was passiert ist wirklich. Vielleicht ist das so dieser Moment gewesen, wo er dann wieder zu sich selber gekommen ist und gesagt hat, okay, er sieht einfach nichts, er ist verrückt und er muss sich das jetzt eingestehen. Man weiß es nicht so genau. Ich meine, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, wie ihr das jetzt empfunden habt. Ja, wie ihr das tatsächlich sieht, warum er das jetzt gesagt hat und wie er das Ende jetzt fandet. Ob das jetzt logisch war oder ob ihr jetzt denkt, dass er, wenn es noch einen nächsten Teil gibt, was ich natürlich hoffe und wovon ich ausgehe, dass Sherlock vielleicht dann wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ist dass er sich selber eingesteht, der ist verrückt, okay, aber ihm geht es dann wieder besser oder sowas in der Art. Also ich bin sehr stark bis zum Ende davon ausgegangen, dass man ihn irgendwo unter Drogen gesetzt hat. War offensichtlich nicht der Fall. Ja, und die Endszene da mit Watson, wo er dann scheinbar alle seine Manuskripte ins Feuer geworfen hat, vielleicht auch nur das letzte, man konnte es nicht so genau sehen, es sah aber eher nach mehreren aus, fand ich dann auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann es nachvollziehen, dass er seinen Freund da schützen möchte und so. Ich kann es auch nachvollziehen, dass er ihn nicht reizen möchte oder wie auch immer die Vergangenheit begraben möchte, was weiß ich. Aber deswegen, also ich meine, ich bin ja selber Autorin, aber deswegen dann seine Manuskripte. Ich würde niemals, egal um welches Thema es geht, ich würde niemals auch nur eins meiner Manuskripte irgendwo ins Feuer werfen oder vernichten oder so absichtlich. Definitiv nicht. Selbst wenn ich da was Privates geschrieben habe, selbst wenn ich da jetzt über jemanden geschrieben habe, dann sind das meine Gedanken, das ist wie so eine Art Tagebuch. Man muss es nicht veröffentlichen, aber wegwerfen, nee, definitiv nicht. Also das fand ich auch irgendwie ein sehr unlogisches Ende irgendwo und ein komisches Ende. Aber wie gesagt, das Spiel an sich fand ich wieder hammer, hammer geil. Sehr, sehr gut aufgebaut. Die Szenenwechsel, die es gab und so weiter. Also, ich meine, ihr wisst ja, ich bin großer Sherlock Holmes Fan geworden. Beziehungsweise Fan von ihm selber war ich ja schon vorher, aber von den Spielen bin ich auch ein großer Fan geworden. Und ja, ich will da eigentlich auch nicht mehr zu sagen, außer dass es mir sehr, sehr gefallen hat. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Wie euch das Let's Play gefallen hat, beziehungsweise die Story und natürlich ganz besonders das Ende. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.